moin leute herzlich willkommen zur nächsten folge von schnuckero wie immer mit dabei der gute robin die liebe schnudnolo maxine money hallo und erdecker hallo ich glaube ich habe nie alle ich habe niemand vergessen dann wird schwierig ist alles zu merken wenn er gut ich kann ja immer noch auf dem teamspeak-server gucken zu not ja 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 wer ändert eigentlich nächste woche den namen um gute frage was wer ändert den namen um ja wer macht das nächste woche die woche da wird es noch schwieriger mit den namen werken so er trug hier ist entweder tobi oder maxi richtig muss aufpassen dass ich mich nicht angesprochen fühle ich so eigentlich max oder wie ja das kann jedem mal passieren also oder wir müssen uns angewöhnen den 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 maxim dann halt m lp zu nennen ja die könnte noch weiter tobi muss nur darauf achten dass ich einfach nur unter weg wir können wir können den tobi auch bots war dann nennen warum kann mir gerade die ganzen machmut witze ein mir andere witze aber die werde ich jetzt nicht preisgeben ok also das hier mit dem gestritten geht ja mal gar nicht wir stehen hier mitten im gestritten vielleicht grad für meinen baum also ja ist sowieso interessant alle drei auf einer position nicht mehr oder weniger ja stadt hier gerade nachbar bauen und dachte mir ich guck mal was du da machst ich würde so lachen da ist mein gestritten auf dein gestritten drauf fällt und 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 welche richtung väter ja und die andere ok hast du gehabt weil hier liegt auch noch so ein baum von wem auch immer wird meiner gewesen sein der nicht gut abgeerntet ist definitiv nicht also da muss ich hier mal meine busstrommeln schwingen sagte der der busch rumhockt ja durch dem sein komisches gestritten hier ohne rum sehe ich nichts das ist das buschwerk was hier wächst kann die das laden empfehlen der macht ganz gutes brasilien waxing also das gut die lona schnippel da schon mit rum gut ich glaube ein großteil der bäume ist bereits gefällt ich nehme anlaufen treffe ich mal gucken wie ich treffe gar kein okay das war schluss ins leere wo es mir denn die arbeit ja das hier war mein baum ich erinnere mich an diese komischen absägewinkel war hier die hitbox nicht nur weil wir spaß haben im bus ja 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 mal lieber auf dein baum fällt hier dann haben wir baum fällt aber zu säge so komisch war mit der strofenboden trägst du eine maske warum hast du denn schon aus was mein schlüpfer die hatte liegt hier nein das war meine stelle ecke wurde ja aufgedeckt ich musste mich ja irgendwo entledigen ernsthaft hast du gerade schlüpfer gesagt hat aber lange gedauert was sind angehaben nein deswegen nicht aber wer sagt denn schlüpfer ja jetzt mal ernsthaft das sind das so 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 dinge wo ich mir dann immer wieder so denkt stell mal vor du hast so eine situation weißt du liegst mit deiner freundin auf dem sofa und da kommt deine freundin du weißt du so ne ihr kommt das eine kommt zum anderen und dann sagt also wir kommen nicht meinst du mit anfassen oder oben anfassen und dann dreht sie sich zu dir um und sagt ja schatz warte mal ich muss in meinen schlüpfer ausziehen das ist ja langweilig alter man kann doch nicht schlüpfer wer sagt noch schlüpfer also erstens ist man gentleman und zieht der dame den schlüpfe aus damit sie es nicht machen und zweitens schlüpfer habe ich noch als kind kennengelernt ja 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 aber das sind so wörter wie sie kann ich ihnen sagen oder kann ich sagen genau so wie vg ja da kannst du schon aufhören ja so war es dass das das sagt man doch nicht also ich finde das so dass das ist so wenn ich das höre da schüttelt sich genauso wie schlüpfer das wäre genauso wie wohl war oder so hört sich eher an als nur fans also ich hab hotpants also tobi was denn komm mal schnell rüber zu mir ich hab das gefunden die hotpants von ihr oder ich freue mich gerade auch hier drüben rechts von dir aber durch die hecke da an lola vorbei und dann zu mir ab durch die hecke finde ich gut ja hier hier weil dieser schräg stehende baum da wollte ich gerade mal von von oben versuchen zu kürzen und dachte mir ich glaube mal außen rum ob du bist da unser techniker ist gut macht man wieder heile dingen vor allem aber da weg das war ja definitiv das war doch definitiv oder was unserem automaten kaputt gemacht unser spielautomaten hast du geschrottet der hammer liegt noch da das sind fingerabdrücke von dir da diese grünlichen geben dunklen leuchten da muss ich jetzt erstmal kommen was soll ich doch nicht mal nur männer was hochkommen immer ruf auf die modi ich wollte eigentlich nur hier hochkratzen die hoffnung ich komme von oben an diesen baum daran der bei mir das schräg liegt aber da hab das dann nie zufällig gefunden das und jetzt weiß ich auch warum hier vorher alle gekündigt haben ja weil er stimuliert wurde hier ja eine absolute spider aber wie zur hölle komme ich jetzt da oben rauf erwartet ich weiß wie wir könnten räuberleiter machen leute heute schon wieder ein leuchtturm bauen mehr oder weniger ja und wir versuchen ach das ist ja wieder außerhalb von außerhalb der landesgrenze hier scheiden warum geht es doch nicht den baumschlumpf hoch habe ich probiert aber das ist ja außerhalb der landesgrenze und deswegen macht es auch wenig sinn ja man darf ja nicht sehen weil der baum der von unserem land kommt auch nachbar gut stift toll wer hat unsere scheiße gefällt ich kann es ja nicht beurteilen ich kann es doch ich kann es doch nicht beeinflussen wo der hinfällt ich bin mir nicht sicher aber ich glaube der fällt immer nach links weg nein nein so war es früher so gewesen wir müssen wir den hier mit dem kram ausziehen dann später nicht anders so aber der eine baum hier am kackhaus der soll wirklich da bleiben weil wenn da die sonne drauf ballert das ist dann echt nicht mehr gesund ja deswegen den habe ich hier stehen lassen ja ich sage auch noch mal für die anderen deswegen das kommt ein klo ich versuche dass wir es merken schön aber drumherum flüge also direkt den dünger nicht weit ach ja dann wuseln wir uns mal hier so ein bisschen durch ganz schön kahl schlag gemacht hier mit die ganzen stämme angucke die über europa liegt das ist schon nicht mehr so richtig raubbau oder richtig schöne massenrotung ohne feuer immer noch wünschen würde dass man hier einen bagger hätte um manuelles terraforming zu bleiben gibt ja sogar eine mod für ein farming simulator 2019 für gold sucher und da kannst du auch dementsprechend das steht nicht beim hilfshaus ach ja aber auch sehr spannend 80 folgen räume schneiden ich glaube das ist so die hälfte der staffel deswegen haben wir ja dann irgendwann gesagt jetzt besagt man zeit hier für mods und mehrfach aufträge und so ich glaube cookie hat das schon späne in den augen ach quatsch ich war so solange sich die folgen nennen soll und es ist schon wiederholz am machen wir machen es ja auch relativ häufig so dass ja auch gesprächsinhalte der folgen titel sind ich meine und auf lona gestern bestimmten kassenschlager wir haben label wird bestimmt schon den vertrag werde ich schreiben gerade da wird die nächste folge suche nach schlüpfer oder drei schlüpfer im busch wird auch geschrieben scheiße das wort auch einfach ist schlüpfer also haben wir jetzt beschlossen die nächste folge heißt scheiß schlüpfer der scheiß darfst du ja nicht reinschreiben glaube ich schlüpfer nicht hier ich nehme meinen drei schlüpfer im busch aber kannst ja noch mal manuell beantragen dass es noch mal geprüft werden soll dass das halt nichts verwerblich ist einfach muss jetzt hier geäst oder was ist das jetzt hier die weniger das war das licht oder mit zeit dass man dem cookie da auch mal helfen dass es schneller geht jetzt haben wir so wir verstehen dich schon dieses jetzt so unterschlippi das das kann ich nicht behaupten dass ich unter schlüpfer also hast du doch eine anja nein und dermaßen ein bann wenn es hier so weiter pass auf neue postet der robben ein foto wie er schlüpfer ins fenster hinkt ne in busch werfe der arme busch wir haben ja immer nur ein und dasselbe aber ich glaube jetzt schon zu wissen was für illustrationen die lola in ihr video reinschneidet nein aber die frage stelle ich mir für die leute die jetzt gerade gehört haben dass ich keinen schlüpfer an habe ob ich hier ob man das so machte landwirtschaftssimulator ohne schlüpfer zu spielen naja bevor sie dreckig wird es wie die arbeitshose einfach umzudrehen wenn sie dreckig ist ja weil so ein busch rumrutschen haben ja das ist wie nackig am strand liegen da hast du auch sand in obwohl fkk ja was tolles ist also ja ich stelle mir das auch vor also ich stelle mir das gerade vor wenn du dann hier so ein schlibi an hast dann ist das vielleicht ein bisschen unangenehm es ist unangenehm für dich weil alle anderen nackt sind und du dann dann denkst so jetzt denken die anderen denn jetzt weil die haben nämlich nichts an das ist eigentlich eher so dass das unangenehme wenn du so so ja keine ahnung bis gerade auf dem weg zum fkk strand muss natürlich was an haben weil kann es ja nicht nackig auf dem weg dahin gibt es mal ärger aber ja aber wenn du dann schon da bist finde ich das schon unangenehm wenn du an so einem strand bist und du hast was an und du siehst das alle anderen nichts an haben das finde ich unangenehm ja da ziehst du sehr viele blick auf einmal ja aber wir waren gerade bei sand im getriebe und net fkk stränden wo ist meine zwischenfrage es war doch links alt gedrückt halten oder kurz drücken für schwere sachen nehmen oder oder was rechts alt der steuerung die steuerung nicht alt also die ist zu schwer ja diese kran probieren oder er hat mir eigentlich was ins früttück getan nicht die zwei cookies ich auch ja ich auch hier von den pilzen genascht glaubt so langsam auch tobi kannst du bitte mal blick check machen sind da zwei cookies am am traktor dran ja 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 da habe ich noch oder das antrag oder das antrag oder das antrag du hast erst letztens kurzurlaub gehabt und sie ist trotzdem doppelt du siehst du mich scheiße schwer die arbeit hier ist ja also da kann ich drauf und doppelt auf die dürfen gehen das ist echt creepy freund du bestreckt sich hier fast selbst ja 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 aber das hatte ich ja letztens mit money auch das hat doppelt da war oh ja der muss noch läuft bei mir der zweite ja er steigt sich gegenseitig selbst so ja ich gleich wieder hier aussteigte sollte das wird normal sein wie apathisch auch einfach in die gegend glotzt also ja ja vor allem beide geht auf jeden fall vielleicht war oder vielleicht ist auch nur so erregt wegen unserer schlüppi debatte dass sie jetzt doppelt da ist oder was oh meine fresse hat er einfach ab da passt noch zwei baume drauf zwei baume zwei baume passen darauf ich frage mehrmals die frage die letzte illustration von dem kaffee stand hier von der 34 war das die 34 folge oder so das war die 39 oder 38 wo ich mich darüber aufgeregt hat dass der kaffee stand noch nicht auf ist und habe ich gesagt wenn das ding jetzt hier nicht aufmacht dann bombe ich alles in die luft und dann kommt ja die atombombe und dass ich die illustration schon aus der folgen kannte macht die augen auf war ich da jetzt nicht mehr so positiv überrascht folgen toll was ist denn das jetzt hier double sandwich time oder was los keine ahnung was jeder macht aber ich gucke gerade die aufträge durch ob das sich rentieren würde man auftrag zwischen weil man dasselbe zu machen ist ja auch da auch lang ich meiste meiste konnten wir ernten nein nein keine ahnung aber gerste kann ich ja 15 probenfeld ab kann zu machen ich mache ich dann kann ich einen auftrag annehmen für dich ja für spaß mani 25.000 wenn du damit fertig bist und dann noch ein bisschen extra ernte weil gerste ist ja meistens so dass man da noch was mehr rausbekommt als auftrag ergebt verkehrt noch mal ernte fett 15 aber das lohnt sich bei fett 15 ist doch größer als man das einschätzt es gäbe allerdings noch für 5000 baumwolle pressen da ist schon die miete abgezogen da habe ich jetzt schon die miete abgezogen ist akzeptiert mit miete ja nein vielleicht ich sagte ich bin baumwoll pflücker aber nicht presse mache ich hätte eine ahnung bin am schock ist es wird hier gepflückt und wird ja automatisch dann gepresst wo ist ernte gerät das ist ja ist ja nur pressen darüber heizen ja wem kann ich sie noch mal unter die arme greifen jetzt wir können auch gerne noch so einen transportauftrag annehmen also lola wenn es so nett bist kannst du uns in lkw zu feld 4 bringen in lkw ist der der am shop ich glaube dass er den robben gerade hat ja ich glaube weil er vielleicht voll war gab es keine extra fahrzeuge sicher dass wir das mitgeliehen aus das zeug der erste ernten mann ihres feld 8 6 baumwolle ist feld 6 und feld 4 ich habe feld 6 angenommen warte mal feld 6 ist wo ist ein baumwolle rechts vom sägewerk alle klaren machen sehen wir haben das ist baumwolle groß der ernte dafür erst mal eben du brauchst die roten ernte das ist ein guter ernte auf den lkw den du hast ist der lkw der zu unserem auftrag ist ja soll oder kommen wir haben genommen die scheißen ich habe ernte genommen und nicht mehr beinpressen wir liegen zwei bahn wie kannst du schon mal weg bringen wenn du willst jetzt hier dann komm ich doch mal rüber gedüst und machen ein bisschen teamarbeit hier mit baumwolle ist auch ein thema ich glaube er hat die vorzeige vergessen was habe ich vergessen die fahrzeuge zu nehmen da war nur der tag bei dem leihauftrag beim leihauftrag die fahrzeuge anminken nein habe ich draufgeklickt nena müsste der baumwolle maschine sein und das ist nicht ja das sind jetzt so die maschinen von dem ein auftrag wenn der auftrag abgeschlossen ist sind sie weg das heißt ja verdammt ich habe nur vertrag akzeptieren geklickt entschuldigt bitte wir können gucken vielleicht können wir die dafür auch nutzen ja geht nicht ich habe schon mal ausprobiert nur für diesen ein auftrag sind die geräte ich nicht rechtlich machen sie nicht brechen ab so geschlagen und gibt sie keine reputation richtig ja wie schaut es aus wir sind schon wieder bei 21 minuten ja ich weiß gerade gar auch gestellt habe so bei den tausend wegen man legt das brötchen weg kobe kommt kein bier wenn ich kein brotchen kriege zu kommen hast du jetzt transport auftrag angenommen vom kaffee raus weil das steht hier drin als aktiv das ist noch der ist doch ein alter auftrag vielleicht wir hatten alle abgeschlossen alle abgeschlossen da sind 22 aufträge die kann ich mich daran erinnern dass ich den aktiviert hätte vielleicht hast du unterseitig aktivierten was es nicht mehr wie soll man denn dann aktivieren mit leertaste kann man den aktivieren oder mit draufklicken auf vertrag aktivieren da anbockiert dann kann sein dass ich den einen gerade eben auslösern aktiviert haben vom kaffeehaus naja transport aufträge können wir erledigen von daher ist das ja nicht so schlimm ich soll jetzt im baumwoll auftrag oder ist ein bett fertig dann sitze ich schon mal in meinem kaffeehaus kacka ist jetzt hier mit diesen auflade gedöse wenn du rückwärts fahren willst mach mal da keine starre achse draus ey habt ihr das nicht gemacht war auf dem dumm gehofft der für euch macht das hätten wir zum schluss gemacht ja kurze frage wer fährt denn den stapler wenn jemand für mich hier übernimmt mit den holz fällen würde ich den stapler fahren ich fahr den gleich ich musste nur kurz ein paar baumstumpfe wegfräsen hier die rentnerfahrer hier auf dem sonntag vorbei an straße mit 30 überholen noch 35 ja ich vergabe ich versuche rückwärts einzupacken gegen den blöden ballen es sieht auf jeden fall sehr interessant aus ja dann fahren wir mal ein cookie entgegen wo wirst du aber nicht drauf gekommen bring mal kaffee vorbei ich weiß doch hier dein kaffee vielen dank gute weiterfahrt lass mich mani und ich habe keine ahnung wo du hin musst zum kaffee und zementwerk oder nicht ja es gibt zwei transport auf ich weiß nicht welchen ihr jetzt genau machen wollt als erstes ich würde den mit dem kaffeehaus anfangen oder kaffeehaus transportieren von kaffeehaus nach staudamm kaffee wo ist denn das kaffeehaus in der stadt das ist da oben bei bga oder der staudamm der ist ganz oben rechts nene das kaffeehaus kaffeehaus ist mitten in der stadt ich will übrigens muss man anmerken dass wir gerade in der überlänge von daher leute ich hoffe euch hat die folge gefallen vielen dank an lola sehr gerne robben bitteschön maxime p bitte bitte mani bitte bitte und dekker wir sehen uns wieder nächste woche freitag bei dem projekt schnuckero doch ja alles gut bis dahin tschau 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 tschau